So lala, tralala, dadadadada, ich bin da, ja, ich hab zu lang geschlafen, ich weiß, ich hab euch eventuell enttäuscht, ich hab einigen gesagt, ja, ich mach die Nacht durch und ich hab auch die Nacht an sich durchgemacht, nur jetzt mit etwas anderem, mit etwas völlig anderem, was aber, ähm, darüber informier ich euch nochmal in ein paar Tagen, was dann eventuell auf einem Profil eines sehr guten anderen Let's Players zu finden sein wird, deswegen lass ich das Thema jetzt erstmal beiseite und, ähm, ja, wir müssen einfach nach oben. Wunderbar, aber da wir jetzt da hin können, kann ich mir eh ein paar, nein, zum Glück war es falsch, ähm, ein paar andere Sachen holen, ja, ja, ich, ähm, ja, ich will jetzt Metroid durchspielen, wir haben es jetzt 5 Uhr in der Früh und ich war eigentlich schon ab um 1 Uhr an sich wieder wach, aber ich hab jetzt 4 Stunden lang etwas anderes gemacht mit 3 anderen Leuten, 3 anderen Leuten, die ihr eigentlich auch eventuell kennt, wenn ihr sie nicht kennt, lernt ihr sie in ein paar Tagen. Oh Gott, hier war es, oh, kann ich da lang, ja, oh, okay, aha, 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 interessant, interessant, rumpf, 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 okay, gut, 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 mhm, Hyperhiver Speedboost, und, Moment, jetzt gleich, und Hyperhiver Boost, gut, wunderbar, ähm, hier kommt also, okay, Moment, aber hier kommt das X her, das ergibt gerade wenig Sinn, was, ich mein, das ist da entstanden, das SRX, eigenartig, sehr eigenartig, okay, gut, so, hier möchte ich jetzt dennoch alles absuchen, weil eventuell gibt es hier, wo wollte ich jetzt eigentlich genauer hin, ja, 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 da runter, dann da hoch, ja, suchen wir erstmal ein paar Sachen ab, würde ich sagen, hier unten, weil wir haben jetzt ja Zeit, und ich möchte alles finden, alles überhaupt besitzen, ja, ähm, der, ähm, Burrito Hood, der andere Let's Player, der es schon durch hat, hat mir gesagt, es liegen noch sieben Endgegner vor mir, sieben, also in Worten, sieben, also viel zu viel, ganz viele Endgegner liegen noch vor mir, oh ja, und, na, darauf freue ich mich ja mal, so ein Kack, haha, er hat mir zwei Bilder geschickt, das eine war, äh, ich glaube, Nightmare, und das andere war, ähm, keine Ahnung, oh, ich hasse dich wie die Hölle, Ridley, kann man das aufmachen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, 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 hier ist Ridley, schön schlafend, äh, bleibt auch da, in der Kryogenkammer, oder so, Navigationsraum, mal wieder, total spannend, oh, ich muss nicht mit Adam reden, ja, danke euch, und ich möchte jetzt erstmal nach ganz rechts zu dem Boss, oder erstmal nach unten, unter mir, äh, aber, äh, blablabla, eigentlich möchte ich nach ganz rechts zu dem Boss, weil, äh, mir wurde gesagt, dass ich da einen Energietank übersehen hätte, und das will ich doch jetzt mal gleich überprüfen, äh, hä, wie soll ich, äh, Moment, das kann ich, aber das reicht doch gar nicht, äh, ne, hä, komisch, okay, dann hier lang, okay, hier verbrauche ich die Bombe, gut, hier kann ich noch nicht weiter, äh, schon kack, unter mir war etwas, achso, da, aha, und die Tür kann ich noch nicht aufmachen, okay, gut, den Weg umsonst gegangen, egal, schieße ich mir halt wieder ins Knie, ist ja auch Schnuppe, so, und wir machen was Fubi, gut, auf jeden Fall, wir haben, ähm, schöne Spiele gespielt, eben gerade, ach, ich will ja gar nichts verraten, ich verrate dann erst in den nächsten Tagen was, ich möchte mal alles gleich vorwegnehmen und schon sagen, was geschehen ist, aber, äh, hm, hm, stimmt, ich kann dich, ja, das kann ich noch nicht kaputt machen, hm, okay, dann speichern wir erstmal, und gehen nochmal weiter nach rechts, weil, den Energietank holen, den ich anscheinend übersehen habe, ich bin gespannt, ob Schladus, ich glaube, ich glaube, Schladus hat es mir gesagt, in dem Comments geschrieben, dass ich hier etwas übersehen habe, und wir gehen direkt den unteren Weg, ja, wir gehen direkt den unteren Weg, äh, na gut, dann halt nicht aufsammeln, Samus, ähm, machst du halt nicht, so, hier kamen wir nämlich, ja, 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 korrekt, 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 kopf, kaputt machen, kopf, kaputt machen, so, komm, 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 durch, mal, Samus, oh, so viel Zeit, ja, wir verschwenden, und hoch, und hier, und da, und da lang, und so, überhaupt, ja, und jetzt hier lang, genau, wunderschön, ok, hier, nein, aber das sieht sehr verdichtig aus, Moment mal, okay, hier ist nix, hier vielleicht, da drinnen, ich konnte ja noch keine Bomben legen, als ich hier war, also, weiß ich halt nicht, ob es hier irgendwo war, ne, achso, ich kann hier nicht nach oben, ist das ein Kack, Och, hört doch auf, äh, ich muss doch die andere Richtung gehen, Entschuldigung, Leute, ach man, wieder ein sinnloses LP, hm, egal, was kann ich dir berichten, ja, heute ist, äh, Freitag, das heißt, ihr alle werdet eventuell erst in zwei Stunden frühestens aufstehen, dann habt ihr auch noch Schule, und ich habe nichts, ja, ja, hm, hm, ich kann halt hierbleiben und es mir gut gehen lassen, während ihr in der Schule sitzt und, weiß ich nicht, äh, Geschichte lernen, darüber, wie die Currywurst entstanden ist, total spannende Kacke, ich habe Schule nie so gemacht, ganz im Ernst, Schule war, es war ein leidiges Übel, auf dem Weg etwas zu erreichen, was, äh, viele Leute wollen, aber egal, das ist nur meine Einstellung zum ganzen Schul-Kack, und, äh, ist ja auch völlig, Ich, äh, hallo, der, mäh, Boah, was soll das denn, ich möchte da einfach nur durch, Warum ist mir dieses nicht gesta- Hallo? Gut, dann lenkt mich, äh, echt, dann lenkt mich, Komm, Warum zum Geier darf ich hier jetzt nicht rein? Und wie mache ich diese doofen Türen da auf, die, äh, versperrt wurden durch, äh, ein großes Schleim-Dings, welches mir absolut nicht zusagt, Mh, egal, wir waren jetzt ja schon fast richtig, und zwar, Je, lep, 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 da lang, da lang, da lang, so, da lang, ein neues Gebiet erkunden, und das heißt, Bomben legen, Bomben legen, Bomben legen, und nix, wir fahren mit dem Aufzug nach oben.